Freitagsvideo Dankbarkeit Warum solltest du dankbar sein? Hallo, hier ist Paul. Kannst du dir vorstellen, dass Dankbarkeit dich erfolgreicher macht? Ich gebe dir ein paar Gründe. Dankbarkeit entspannt. Probier es. Um dankbar zu sein, braucht es keine spezielle Bildung. Dankbarkeit macht glücklich. Die Person, zu der du dankbar bist und dich selbst. Über was bist du heute dankbar? Schreibe es in die Kommentare, dann profitieren auch andere davon. Ist das dein erstes Video auf meinem Kanal? Dann abonniere gerne meinen Kanal. Hier lernst du vieles über Dankbarkeit und Erfolg.